hallo und herzlich willkommen zurück zu stoneblock mit mir dem moff und anlage läuft da hinten wir haben jetzt mittlerweile schon hier 85 milliarden hier unten noch mal 88 milliarden das heißt da haben wir ja knapp diese 175 milliarden die wir ja vorher hatten unten bei der chicken farm das läuft schauen wir uns mal an langsam aber es läuft ich habe jetzt die watch of flying time von dahinten habe ich hier vorgeholt das heißt hier insgesamt vier stück vier stück reichen auch aus damit hier das inventar leerwert 3 wird das inventar zu voll und 4 reicht komplett aus das heißt er hat immer genug futter damit da was funktioniert da haben wir mittlerweile ein oktubel das geht relativ langsam bis die leer sind wobei mir aufgefallen ist die werden gar nicht leer dadurch dass die watch of flying time auch da steht produzieren die weiterhin schneller als ich wobei mal so machen wir bauen doch ab doch wir bauen ab es ist aber jetzt langsam bis wir abbauen gut lassen wir einfach laufen heute geht es darum dass wir den nächsten schritt gehen für unser transportation table und dafür wollen wir in botanien einsteigen und dann müssen wir uns ein bisschen was zusammenholen also da habe ich mich jetzt großartig nicht drauf vorbereitet wir wollen ja eine daisy machen dafür brauchen wir die white flower kommen da machen wir uns gerade mal schon mal die petals die reichen die petals doch die petals wir brauchen einmal red nehmen wir uns mal mit wir brauchen braun wo ich die dinge her natürlich von unseren botanik meiner hinten das passt richtig wunderbar wir brauchen rot braun und wir brauchen light greger ja genau dann wollen wir uns mal apothecary es ist so dass ich die geschichte jetzt hat nicht normal diese geschichte möchte ich jetzt nicht automatisieren das heißt es gibt da eigentlich brauchen wir nur die pixie tast und entsprechend werde ich da jetzt hat großartig nichts automatisieren sondern einfach das ding hinstellen mal gucken wie weit das mal kommen ich hoffe dass wir in der folge alles hinbekommen da kommen wir holen uns mal ein stack von davon wir brauchen stein stein müssen eigentlich auch haben holen wir uns auch mal drei stück das sollte ausreichen und gehen wir mal hin und das ding mal auf wenn das heißt ich habe ja die vorstellung dass wir es hierhin stellen und da fällt mir ein wir brauchen dort machen wir uns mal um 12 ja zwei stück reichen wir brauchen noch bis eine wand brauche ich habe ich dir hier drin genau ich habe den diamant das reicht vollkommen aus und dann machen wir uns platz ich habe ja vorletzte folge oder zwischen der letzten vorletzten folge mir diese effizienz 5 gemacht aus dem einfachen grund moment ich mache erstmal dieses portal weg das nervt mich damit ich hier mir doch die caves schneller und besser ausbauen kann weil das geht doch jetzt richtig ratzfatz mit dem ding wunderbar das heißt wir bauen als erstes uns auf dafür nehme ich auch meine normale wieder stein rein das ding wird dann in einer spezial folge wird das dann in einer spezial folge wird das dann richtig schön gebaut hier das heißt hier machen wir uns gerade einmal holz außenrum ist da und da und da und dann kann man nämlich da immer schön mit der wand spielen und das gleiche machen wir dann da drüben direkt daneben dran genau da muss jetzt aufpassen wobei das ja überhaupt kein problem ist das kann man ja eigentlich so lassen 1 2 3 das können wir eigentlich so lassen da kommt dann dort rein wenn empathic carry dann können wir ja da in die ecke stellen das heißt wir brauchen wasser holen wir uns mal die sink die können wir uns eigentlich kraft wenn man denke ich alles da haben genau die können wir uns ja gerade nebendran stellen passt dahin dann holen wir uns gerade noch ein bucket und seeds brauchen wir auch so seeds brauchen wir ein bucket brauchen wir wobei wir uns gerade den unten nehmen können passt soweit das heißt einmal du du und dann machen wir uns erstmal ein pure daisy dafür brauchen wir dich 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 das heißt ich glaube vier stück 1 2 3 4 und einmal ein seed machen wir uns einmal wasser rein leere hand machen wir uns dann gerade zwei pure daisy und einmal ein seed rein und damit haben wir zwei pure daisy bedeutet wird und da einmal umwandelt da einmal umwandeln und jetzt muss ich das doch wegnehmen tun kannst du statt zu viel einsetzen das heißt du kommst auch weg damit sollte das passen ja passt soweit meine wand wenn du mal das nämlich gerade mal umwandeln hier das heißt einmal du und einmal du und ich glaube den hinten muss schon doch anders setzen so haben wir das umgewandelt in der zwischenzeit wo das umgewandelt wird da können wir uns gerade mal da ähm koppelstern reintun passt soweit machen wir uns gerade mal ähm mir fällt gerade den namen nicht ein endoflame genau die endoflame endoflame war glaubt einmal rot äh zweimal braun und einmal light grey richtig richtig reicht ja auch eine vollkommen aus dafür brauchen wir nochmal dirt das ist wie gesagt so ein kleiner einstieg in botania da brauchen wir eigentlich relativ wenig die endoflame können wir eigentlich da hinsetzen das heißt einmal die endoflame gesetzt und wenn sich das dann umgewandelt hat das holz dann können wir das ja dann bauen und können uns zum einen können wir uns dann schon mal ein ähm ach mir fällt es wieder nicht ein du 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 hier ein mana pool können wir uns machen wir brauchen ein mana spreader ein mana spreader ist mit gold genau das heißt wir brauchen ein mystical flower und uns irgendwelche wir brauchen gold nehmen wir uns dann brauchen wir eine spreader wir brauchen das black lotus äh da haben wir ja einiges an black lotus nehmen wir uns mal das hier raus das sollte aus also im moment das black quartz ich brauche black lotus die hier brauche ich ja die sollten eigentlich ausreichen und dann gucken wir mal wie so ein mana tablet eigentlich geht äh oh da habe ich schon ein mana pelt das ist schon mal gut was habe ich denn da eigentlich velocity effizienz die könnte ich ja eigentlich ähm die könnte ich eigentlich dann auf die dinge machen auf meine mana lens auf meine auf meinen spreader oder wenn ich das gerade mal überlegen ähm wenn ich die drauf mache auf die mana lens das ist die hier ne das ist nicht die mana lens das ist auch nicht ähm du 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 wap du 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 ne die auch nicht die auch nicht die auch nicht brauche ich da die stinknormale mana lens erstmal na egal komm ähm da lassen wir uns nicht davon abhalten ich habe hinten im hintergrund gehört dass mein äh wood das heißt wir können eigentlich die brauchen wir eigentlich nicht mehr das hat sich doch somit erledigt dann kann ich einfach mal in der wand und und gehen da einmal hoch der hat sich auch schon umgewandelt hier das heißt da gehen wir einmal hoch und machen uns haben wir schon mal ein mana pool den mana pool können wir ja eigentlich wenn da das ähm portal hinkommt wenn wir eigentlich uns da hinsetzen das sollte eigentlich ausreichen das heißt wir machen uns einmal den spreader so da haben wir zumindest einmal den spreader jetzt haben wir nicht genug living wood für ähm das kann weg das kann weg wir brauchen noch living wood geht ja eigentlich nicht erklären wand geht der prozess dann schneller oder muss ich auf die blume sollte glaube ich schneller gehen ja das heißt einmal weg einmal die wand so somit können wir uns nämlich gerade noch die ding machen die 1 2 3 dafür brauch ich drei stück und ich brauch doch die paddles jetzt hab ich sie so schnell weggeworfen paddles paddles nehmen wir uns die weiße ist ja egal wie die wand aussieht ähm den brauchen wir der wandelt sich noch nicht um und machen einmal den spreader den mana spreader machen wir dahin ähm einmal klick einmal klick du gehst da drauf und hast du schon nein einmal klick klick und somit bist du da jetzt brauchen wir ein bisschen kohle zack werfe gerade da mal so ein stack hin ähm das sollte ausreichen und dann gucken wir mal wie so ein mana tablet eigentlich geht so ein mana tablet was brauche ich dafür living rock ist kein problem und mana pearl habe ich ja auch haben wir ja genug ähm das heißt die mana pearl können wir uns raus machen und das dauert mir ein bisschen lang hier zack das heißt auch du weg mit der wand drauf dann machen wir uns nämlich grad nochmal ein bisschen so noch einmal und dann sollte ich denke ich sollte das denke ich ausreichen so einmal mit der wand nochmal dran und das gleiche machen wir gerade nochmal mit dem holz dann dann denke ich sollte man am anfang erstmal genug zeug da haben noch einmal so ähm bedeutet wir machen uns einen zweiten mana pool dann stellen wir nämlich da hin dann kann man sich das portal auf alpha im gleich aufbauen da ist jetzt mana drin das heißt wir nehmen jetzt ihn und steuern ihn da drauf damit da auch mana rein fließt und jetzt können wir eigentlich hingehen ich brauche keinen die mana tablets äh werfen hier unsere black lotus rein somit sollte er sich komplett auffüllen ob er sich jetzt komplett auffüllt weiß ich nicht werfen wir auch da rein dann werfen wir die auch grad mit ist ziemlich laut ist der status halb voll das heißt machen wir die auch noch mit rein ist da der status oh der ist schon voll der wird auch voll so und jetzt müssen wir noch gucken wegen portal wir brauchen für das portal ähm brauchen wir jetzt muss ich selbst überlegen wie sich das nennt irgendwas mit gateway war das dieses gateway wo haben wir es hier elven gateway das heißt einmal das da wir haben ja kein terrestrial wir müssen noch terrestrial haben oder genau ich wollte auch grad sagen einmal das gateway dann brauchen wir nochmal das glimmerring wo haben wir das glimmerring da oben da brauchen wir drei stück davon eins 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 zwei drei damit haben wir eigentlich auch fast das portal schon gell ah die pylonen brauchen wir noch aber jetzt bauen wir erstmal das portal auf das heißt komm so so ähm du 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 das sind die oktubli brauche ich nicht living wood wo ist mein gateway da gateway und glimmerring und dann die restliche living wood reicht eigentlich aus sollte eigentlich ausreichen oder yip zick yip zick ähm da 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 und da und dann die drei glimmerring da drauf bub bub und somit haben wir schon mal das portal ähm die mana pools haben wir jetzt brauchen wir nur noch die pylonen stimmt die brauchen wir nämlich auch noch komm einmal du grad weg dann machen wir uns grad noch ein bisschen mehr ich weiß gar nicht wieviel das wir brauchen beziehungsweise ich will eh noch mehr machen weil ich möchte ja den raum dann auch dann mit dem lithium rock da gibt es ja verschiedene äh strukturen ich möchte ja den raum auslegen gut pylonen wir brauchen die nature das heißt wir brauchen einmal die mana pool wollten wir eigentlich alles da haben ah ne diamanten fehlen kein problem machen wir uns grad ein stack diamanten ähm dann müssen wir nochmal da halt ähm machen wir da grad nochmal ein bisschen black lotus rein ähm der sollte sich eigentlich ausfüllen beziehungsweise hier können wir nochmal ein bisschen kohle rein werfen dass er was macht er geht ja da drauf weil wir brauchen eigentlich eine halbe pool nur um das gateway zu aktivieren gut dann gucken wir mal pylonen nochmal wir brauchen die hier zweimal äh diamanten einmal rein zweimal die pylonen und dann brauchen wir die nature ja das sollten wir eigentlich auch alles da haben so das heißt du weg du weg du weg ich brauche mal alles nimmer mhm die october lassen wir mal da drin die livingwood brauchen wir nimmer die 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 und pixie dust war was müssen wir da rein werfen mana pearls mana pearls habe ich da unten drin passt wunderbar das heißt einmal du da drauf einmal du da drauf wir sollten eigentlich genug mana haben voll drei viertel voll reicht um ihn zu aktivieren richtig gut und dann werfen wir nämlich gerade die mana pearls rein und sollten pixie das kriegen genau das ist glaube ich das letzte was wir gebraucht haben für unser transmutation tablet gucken wir uns gerade mal an genau das war das glaube ich das einzige ah nein den energy collector habe ich vergessen noch zu machen den müssen wir noch machen dann sollte man denke ich alles haben ähm pixie dust haben wir alles wunderbar ähm lass mal an der braucht ja nur was ich auch nicht gewusst habe ähm der braucht ja nur ähm der verbraucht nichts mehr der verbraucht kein mana pearl mehr der braucht nur äh was zum starten und sobald es aktiv ist bleibt es auch so gut lassen wir einfach so stehen wird natürlich noch schön angepasst das machen wir dann in der spezial folge und jetzt geht es darum ähm dass wir nochmal diesen energy collector mk3 brauchen das heißt energy collector mk3 ähm da brauchen wir was da brauchen wir ja den das heißt wir brauchen insgesamt nochmal diese sechs davon sieben äh sieben das waren zwanzig glowstone ein red matter brauchen wir ein dark matter brauchen wir genau das waren furnace glas und diamant sollten wir doch alles zusammen bekommen das heißt wir machen uns ein furnace zack zack machen wir den furnace dann nehmen wir uns einmal das glas ein glas brauchen wir ein block of diamant brauchen wir wir brauchen zwanzig glowstone hallo hallo und wir brauchen einmal ein red matter und ein dark matter damit sollte man doch alles haben bedeutet pixi das machen wir da rein dich machen wir da rein brauchen wir nicht 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 das können wir reintun oktober können wir uns aufheben oktober können wir uns aufheben für später die eclaration wand machen wir uns rein und dann machen wir uns das einmal das heißt wir brauchen einmal drei und dann nochmal die zwei ähm so das heißt die machen wir später weil wir brauchen erstmal das erste rezept und dann gehen wir runter unsere laser area da sollte man das transmutation table eigentlich heute noch hinbekommen oder ähm nochmal kollektor für den ersten brauchen wir sechs und dann für die anderen brauchen wir sieben das heißt ähm die zweier glowstone machen wir erst zum späteren Zeitpunkt dran sollte dann soweit funktionieren das heißt du ähm so und dann brauchen wir glaube ich den furnace in der mitte glas und das hier und das brauchen wir dann zum späteren Zeitpunkt geht doch relativ schnell sprich einmal glas einmal den block auf diamant machen den furnace rein sollte dann direkt starten wunderbar passt gut sind wir eins fertig sprich wir brauchen jetzt einmal dicht dann brauchen wir ein dark matter und dicht machen wir da oben rein und somit läuft der auch geht das jetzt schneller mit der acceleration wand ich weiß es nicht wir probieren es einfach mal oder glaubt nicht glaubt das geht nur schneller wenn wir den hier machen genau so das heißt du gehst raus du gehst einmal da oben rein wieder da hätte man sich eigentlich den hopper sparen können und einmal red matter rein und somit haben wir dann den mk3 cool das heißt wir können uns eigentlich alles zusammen suchen jetzt wir brauchen energy condenser da brauchen wir vier stück glaube ich 1 2 3 4 wir brauchen den collector mk3 dann habe ich ja schon ah wir brauchen den mk2 haben wir nur gibt es eigentlich einen mk3 hallo mk2 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 ich brauche den energy collector mk3 jetzt habe ich ein bisschen deutschlander das andere ist ein condenser energy collector haben wir doch gerade eben gemacht gell so dann gucken wir mal weiter wir brauchen für das tablet brauchen wir die neutronen nuggets ja neutronen haben wir aber das sind die piles wir brauchen die nuggets und zwar brauchen wir glaube ich 28 einer zu viel 28 und ich muss jetzt reingucken der hälfte habe ich vergessen aber ist nicht schlimm bei so ein riesen rezept transportation table die htp sheets müssen wir uns holen die pixitas die enderstar 4 die evil 48 heizlein und tagmeta 12 12 1345678 dann brauchen wir das htp haben wir es nach oben oder haben wir es hier schon runter geholt haben wir noch oben müssen wir dann gleich holen ein heizlein brauchen wir heizlein waren insgesamt acht dieses ebel kraft brauchen wir die storage unit habe ich nicht als kraft ein rezept oder muss man gucken die habe ich nicht als kraft im rezept da brauche ich nämlich die da in der mitte aber die habe ich doch die storage iron storage great okay ich habe nur die iron storage great das heißt da brauchen wir noch insgesamt so dann machen wir uns die grad die unit das heißt wir brauchen noch mal davon zwei dann brauchen wir von den gold vier diamant hier das geht ja relativ schnell und dann haben wir doch alles zusammen eins zwei drei vier das heißt die quantum storage unit haben wir da haben wir schon pixi dust die wir als letztes gemacht haben dafür brauchen wir glaube ich nur vier stück die enderstar müssen wir uns machen wenn das da das waren die ja da haben wir ja alles zusammen eins zwei drei ups die dragon press damit haben wir die auch das heißt wir haben eigentlich alles wir brauchen jetzt nur noch die htpe pellets das heißt da gehen wir einmal hoch und dann schauen wir mal ob man unser komisch was der immer will dann können wir eigentlich unser transportation table machen so sprich wir gehen einmal da rein gucken mal auch dann wie viel octubel sugarcane wir da haben zwei stück wobei der dritte gleich fertig ist halt moment da hoch 29 passt einmal raus einmal extrem crafting machen und und fupp table sollte man doch alles da haben geil wir haben unser transportation table doch ein quest bitte bitte jawoll dieses feine ding machen wir doch da rein unser eck dazu da ist jetzt gar nichts drin ist überhaupt kein problem wir haben schon einmal gelernt haben jetzt 88 das buch tut es verdecken 88 milliarden drin ja richtig geil das heißt wir holen uns jetzt die anderen raus hier mittlerweile wieder 64 drin gehen da rein und machen die rein 176 milliarden haben jetzt drin jetzt können wir dem guten ding alles beibringen was wir wollen was halt natürlich möglich ist was natürlich emc werte hat nicht was möglich ist ja auch was möglich ist aber was überwiegend emc werte hat gut das heißt wir schauen uns das thema mal an projekt e wir haben unser transportation table table und jetzt geht es darum aus tablet zu bekommen beziehungsweise die dinge gucken wir uns dann auch später an schauen wir mal wie weit das wir da sind ich denke das nächste thema was wir uns anschauen werden ist diese infinity katalyst und für den infinity katalyst schauen wir mal brauchen wir glaube ich diesen kompressor ne nicht das extrem crafting table für die singulare brauchen wir die neutronium kompressoren und die haben kein emc das heißt das thema müssen wir uns machen wir brauchen an neutronium glöcke wir brauchen neutronium ingots wir brauchen iron wir brauchen die crystal matrix das ist so ein ding was ich dann alles jetzt zusammen kraften werde damit wir die neutronium kompressoren bekommen und dann gehen wir nämlich hin und wir müssen uns ja die ganze singularity dinge machen das heißt ich werde dann in vorbereitung auf dieses infinity crystal werde ich hier schon die ganzen dinge anlegen oder rein tun die wir haben dieses diamant können wir schon machen dieses crystal matrix kein problem die neutronen haben wir jetzt haben wir das ingot haben wir die schaltplatte haben wir die endest pearl kann man uns eigentlich kann man gucken wir brauchen endstone enderpellen und nugget haben wir eigentlich endstone ja endstone haben wir genug da wobei die brauche ich nicht wir brauchen ein paar enderpellen wir brauchen netter star habe ich gesehen dann machen wir uns gerade mal so und wir brauchen die nugget das heißt zum einen brauchen wir hier zum anderen brauchen wir die ingots so das reicht schon mal aus und dann gucken wir mal was wir dann noch brauchen alles für den kompressor ne nicht für den kompressor für jetzt bin ich aus dem jetzt bin ich raus das war was anderes jetzt bin ich raus dote getät dieser diese enterpearl bla 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 blake doent seit man denke ich doch alles jetzt haben oder ja fast wir brauchen einen den hier aber ich glaube ich brauche noch einen ich bin mir jetzt nicht sicher ich glaube ich brauche noch einen gucken wir uns mal das ding an das extrem kraft ding ich brauche dann glaubt irgendwo noch einen ich glaube für das transportation table wird dieses transportation tablet oder für das tom of knowledge für den nicht wo ist das knowledge book ne das war verkehrt tom of knowledge genau für den hier das heißt für sohn crafting brauche ich einen chaotikor das tablet damit wir das tom of knowledge bekommen dafür brauche ich das endespell das heißt ich brauche es doch zwei mal machen wir es uns gerade noch einmal der rest braucht man nicht das heißt es kann wieder alles zurück und dann werde ich in vorbereitung jetzt auf das infinite crystal schon mal alles vorbereiten was wir benötigen das heißt ich lassen wir alles drin das brauchen wir nicht das brauchen wir alles nicht das brauchen wir nicht und das brauchen wir nicht und dann machen wir zum schluss noch die loot chest auf die chance die können wir ja demnächst dann uns hinten in unserer mining welt aufmachen ich werde mir das thema jetzt halt noch anschauen wie wir schnellstmöglich noch an mc dran kommen das heißt ich werde mir eine farm anschauen weil mit 177 milliarden kommen wir nicht weit wir brauchen einiges dafür bedeutet offline werde ich dann ein bisschen was vorbereiten wobei ich bin mir jetzt gar nicht sicher ich glaube die folge kommt jetzt montag wir haben zwischendrin noch mal eine spezial folge und da werde ich ein bisschen spoilern glaube ich dann bedeutet wir werden dann den next anfangen mit dem thema infinity crystal das heißt ich werde alles vorbereiten was wir schon haben und wir brauchen dazu auch noch den market weil wir doch das ein oder andere uns auch noch besorgen müssen also jetzt kommt die geschichte wo wir viel warten müssen wegen dem c aber aufgrund dessen dass ich jetzt auf dem server bin läuft es ja dann auch wenn ich offline bin gut wir haben unser transportation table hinten thema schön wunderbar das heißt wir können jetzt viel viel schneller und solch herstellen wir müssen nicht mehr diese lange crafting prozesse über refine storage machen solange der das item natürlich emc wert hat gut was gepackt vielen dank fürs zuschauen und würde mich freuen wenn das nächste mal wieder einschalten wenn es heißt der morf zockt stoneblock bis dahin macht's gut bye bye